Musik Yo yo, alles klar, der Buhlheim und der Hamburger sind wieder da Wir wählen uns an und dann kennen wir das Mann Und dann geht der Floride ran, für den Talk im Erfolgsgespann Moin Moin, hier ist der Floran aus Hamburg bei einem Gespräch unter Freunden Wie hieß das damals immer bei Bud Spencer oder hier bei dieser Kinderserie vom Norden, vom Süden, vom Osten, vom Westen? Hier ist er wieder, euer Spencer Genau, stimmt Ja, das kenne ich noch Das habe ich total verdrängt irgendwie, schändlich Ich weiß gar nicht mehr, wie es gestartet hat Also ich habe lange Zeit immer gerne aus Hallo Spencer sogar zitiert Weil es da ja auch so unglaublich tolle Figuren gab Und vor allem mit Ich will dir fressen, Poldi, glaube ich Und diese Außerirdischen, die in meinem Schrank sich ausruhen konnte Das fand ich sehr, sehr lange sehr, sehr, sehr inspirierend Habe ich gesagt, das muss ich irgendwann auch mal schaffen So einfach kurz in den Schrank gehen und dann frisch ausgeruht rauskommen Stimmt, stimmt Also da gab es ganz viele Sachen Und Kasi und wie sie nicht alle hießen Cool Und natürlich nicht zu vergessen, der großartige Graf Zahl Oder war der woanders her? Weiß ich nicht Doch, warte mal, doch, der kam auch daher Der kam auch daher, ne? Ja, ich weiß nicht Ich bin mir auch nicht sicher Genau, deswegen ist mir das mit aufgehört Nach diesem fulminanten Start begrüßen wir euch bei über 37 Grad auf meinem Balkon Oh, das ist ja herrlich Zu der Sendung die 5 Tipps, mit der du garantiert jeden Sommer perfekt überstehst Mit deinem Janni und Florian Genau, genau, großartig Ja, bei uns relativ ähnlich Erstaunlicherweise heute tatsächlich sogar nur 34 Grad Ritchie hat hitzefrei gemacht, weil im Studio Nee, 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 der sitzt hier Der sitzt bei mir in Badehose Und ich sag mal so, es gab schon bessere Zeiten, wann er diese Badehose angehabt hat Da müssen wir ihm aber irgendwie was, weiß nicht, so eine Packung Mangerie oder sowas schenken Weil er hat nämlich tatsächlich noch in den letzten Tagen angekündigt Er hat gesagt, oh, die nächste Woche kann ich nicht machen, ich hab 45 Grad im Studio Ich hab mir vor 14 Tagen einen Schokoriegel in einem amerikanischen Online-Shop bestellt Ich sag mal so, er kam an, aber nicht komplett Das ist natürlich, ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen Das war ein Riesenspaß, ein Riesenspaß Aber wo wir grad da sind, ich hab ja so was total Verrücktes gemacht Und zwar war ich tatsächlich letzt durch einen Zufall im Norma einkaufen Und da hab ich mir so gedacht, so Norma kenn ich gar nicht mehr so wirklich Und wie hat es sich denn irgendwie hier verlaufen Und wir waren eigentlich Schuhe shoppen und sowas Und da war nebendran Norma und da hab ich gesagt Ach, wir müssen noch so ein paar Sachen besorgen Dann gehen wir da gerade mal rein Und was mich erstaunt hat, der sieht unglaublich ähnlich wie Aldi aus von innen Und da gibt's ganz, ganz tolle, so kleine Wäffelchen Also die unter dem Markennamen Hanuta auch bekannt sind Und da sind die aber von Excelsior oder sowas Und die sind sensationell Die kann ich echt empfehlen Die sind zwar auch immer so ein bisschen geschmolzen bei der Hitze Aber eben natürlich nicht ganz Also man kann die durchaus noch essen Und die gibt's eben nicht nur in diesem normalen Haselnusscreme Sondern die gibt's auch noch mit extra viel Kakao Und jetzt kommt mein Lieblingsgeschmack zum Sommer Und zwar gibt's die auch mit Kokos Oh Ja, also das heißt, wenn jemand mal im Norma vorbeikommt Und dann sowas Spaß hat Dann wäre das tatsächlich meine hier total ungesponserte Empfehlung Cool Ja Sehr gut Also das ist hier kein Product Placement heute Ausnahmsweise nicht Also grundsätzlich ist ja alles, was ich nenne, ein Product Placement Aber das tatsächlich eigentlich nicht Weil, ja, weil man nicht viel bezahlt Und ist tatsächlich einfach von Herzen ein Geschenk an die Menschheit Also ich guck mal genau nach, wie die heißen Aber im Grunde findet ihr das Da gibt's einfach ein riesen, riesen, riesen langes Schoko- und Süßwarenregal Wie es ja mittlerweile in den meisten Discountern zu finden ist Und da gab's eben diese Waffeln Und ich hab mir die Kakao und die Kokos mitgenommen Und ich find, die beide sind echt exzellent Schmecken mir noch deutlich besser als das Hanuta Jetzt muss ich mal fragen Ja, frag mal Jan-Marco, wenn du so ein Ich muss das immer auch so einleiten Stell dich mal eine Frage, ich sag das immer so Hast du dir damals auch immer diese tollen Waffeln auf dem Jahrmarkt gekauft? Diese Muscheln Muschelwaffeln mit Sahne drin Oder diese langen Stäbe Wo vorne und hinten dann so Schokolade eingetrunkt war? Eher selten Weiß ich gar nicht Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen so ein bisschen Gar nicht Aber ich weiß, welche du meinst Nee, also tatsächlich so in meinen frühen Jahren Da war ich ein riesen, riesen Fan von Zuckerwatte Also das war für mich immer das aller, aller tollste Und später, als ich dann so ein bisschen besser auch schon beißen konnte und so Da war ich tatsächlich ein riesen Fan von so gebrannten Mandeln Und was es da alles gab in die Richtung Ansonsten auch relativ bis heute gesehen auch ein ziemlich großer Lakritz-Fan Wobei ich mir jetzt mal wieder Also gut, mit den Jahren erfährt man ja alles im Guten wie im Bösen Und jetzt hat tatsächlich irgendjemand vor einiger Zeit mir mal gesteckt Dass Lakritz für die Fruchtbarkeit gar nicht so gut sein soll Oder hast du noch kein Problem mit? Nö Aber ich will auch keins haben Genau, aber bis jetzt ist es so Also bis jetzt muss ich sagen, funktioniert das alles sehr gut Mal gucken, wie es sich so weiterentwickelt Bestimmt, aber bis jetzt habe ich damit kein Problem Hast du recht Sehr gut Du musst immer bei sowas Bei sowas musst du immer drauf achten Meine Freundin ist ja so ein bisschen aktiv in dem Bereich Ernährungsmittelmäßig Du musst immer gucken, in welchen Mengen du dir das zuführen musst Also die meisten Sachen Achso, ich dachte im Fruchtbarkeitsbereich Nein, du müsstest extreme Mengen Du müsstest extreme Mengen essen, um das dann wirklich auch zu haben Okay Und letztens auch wieder Ja, da kannst du das und das Aber ich habe gesagt, ja wann denn? Ja, wenn du jeden Tag tausend Eier isst, dann hättest du das Problem Ist ja gut, ich esse nicht jeden Tag tausend Eier Das stimmt Weißt du, ich meine Also das muss man immer in Relation bringen Ja, das stimmt So, hier ist ein Gespräch unter Freunden Eure Content-Sendung Die also vor Content nur so platzt quasi Genau Content ohne Ende bei uns Die Leute hören uns auch nur wegen dem Content Weil wir so geilen Content rausballern So ist es Also, speaking of Content Ich habe mir mal deinen lieben Rat angenommen Mal wieder, wie ich es ja gerne tue Lesson learned Lesson learned, genau, richtig Mit Janni und Florian Also das ist schon mal der erste wichtige Tipp Hört immer, was Florian sagt und macht es dann auch Genau Und zwar habe ich mir tatsächlich auf deine Empfehlung hin Die Dirk-Müller-Bücher mal vorgenommen Oh, Cashbook und Genau Und zwar tatsächlich den Cash-Kurs und den Crash-Kurs Hat das ein kleines Wortspiel aus seinem Seinem Erstlings-Erfolgswerk quasi gemacht Und tatsächlich ist das jetzt mit den Kolja-Barkhorn-Büchern nicht gleichzusetzen Also Kolja hat halt andere Themen Aber es ist schon ähnlich, weil es wirklich so ein Rundumflug ist Aber Kolja ist halt viel stärker im Anlagebereich und so unterwegs Während das Cash-Kurs Das erklärt dir wirklich rundum mit Finanzen Und richtet sich grundsätzlich tendenziell auch ein bisschen mehr an Angestellte Also da geht es wirklich auch um betriebliche Altersvorsorge und solche Themen Das war jetzt für mich nicht so spannend Deswegen habe ich da auch ein paar Sachen übersprungen Ist aber grundsätzlich schon ein ziemlich gutes Buch Um grundsätzlich mal in diese Finanzthemen auch reinzukommen Ja Also er würde sich Meines Erachtens tatsächlich mit dem Kolja-Barkhorn Der rationale Kapitalist Gut ergänzen aber Also weil du gemeint hättest, das wäre sowas ähnliches Ich finde, die haben so ihre eigenen Themen Und ich habe, bevor ich es jetzt gelesen habe Auch den Eindruck gehabt Das könnte jetzt beim Dirk Müller genau das gleiche sein Weil der ja auch sehr, sehr viel im Aktienumfeld Und deswegen wird ja auch Mr. Dax genannt Unterwegs ist Genau Und dann kam Warte mal, wann kam das eigentlich raus Also meine Ausgabe 2010 Aber ich glaube, das kam schon ein bisschen Ah nee, Copyright 2009, genau Kam dann sein Crashkurs raus Und seitdem wird quasi ja Wieder in allen Munden der Crash heraufbeschworen Und das ist sehr, sehr spannend Weil er tatsächlich Wird ja Mr. Dax genannt Weil er wohl in der Vergangenheit Ein paar Mal den Dax-Kurs sehr, sehr gut voraussagen kann Oder konnte Und was ich auch sehr schön finde Ist, dass der Crashkurs so ein bisschen Dann eben halt auf den nächsten Crash vorbereiten soll Und er auch dann zu der Zeit Gerade wieder einen Crash prophezeit hat Der ja bis heute nicht eingetreten ist Also es war jetzt gerade nach der großen Banken- und Immobilienkrise Hat er dann gemeint Naja, das wird nicht lange dauern Bis der nächste kommt Der muss jetzt kommen Das ganze Finanzsystem muss zusammenbrechen Und das ist sehr, sehr interessant Weil er sich gleich am Anfang Schon auf Seite 15 damit auseinandersetzt Was sind eigentlich Einschätzungen der Experten wert Gar nicht Und sich sehr schön darüber auslässt Dass so viele Experten halt Nicht die Wahrheit sagen würden Oder immer eigene Interessen hätten Und bringt auch ein paar Beispiele Und damit wird er auch sicherlich recht haben Also so ganz konkrete Wo er einfach sagt Plötzlich alle wieder Aktien in den Himmel gelobt haben Und dass danach die großen Crashs kamen Aber tatsächlich Hat er jetzt ja mittlerweile Also wie gesagt Sein Buch ist 2009 rausgekommen Bewiesen, dass er auch nicht immer recht hat Deswegen fand ich das so ein bisschen amüsant Und das spielt mir aber sehr in die Karten Weil eine meiner großen Lehren Die ich immer gerne mit der Menschheit teile Ist wirklich, dass man eben halt für sich Seine eigenen Schlüsse zieht Und seine eigene Verantwortung auch für seine Entscheidung übernimmt Und nicht immer sagt Ja, aber der und der hat doch das und das gesagt Und das kommt dann wieder sehr, sehr klar raus Ansonsten finde ich es aber auch ein sehr, sehr gutes Buch Das sehr gut auf Crashs vorbereitet Weil es eben halt so diese prickelnden Themen Ich will das jetzt nicht zu einer reinen Finanzsendung wieder machen Wie gesagt, wenn es jemand interessiert Immer melden, dann machen wir sowas auch gerne Und ansonsten auch gerne Bei Upspeak In unsere Voice-Community reinkommen Da könnt ihr auch gerne Fragen stellen Und Genau So Aber ich finde, wie gesagt Das ist auf jeden Fall auch ein sehr gutes Buch Das dich grundsätzlich auf Crashs vorbereitet Und einfach so diese großen Fragen Über Währungen Wie sicher ist dein Geld auf der Bank eigentlich Ob Immobilien vor der Krise schützen Und so weiter und so fort Und er geht tatsächlich auch sehr detailliert Wie auch schon in seinem ersten Buch Dann wieder auf alle einzelnen Anlageklassen einzumisst Die er halt so kennt Damals gab es eben halt noch kein Bitcoin Und ein paar andere Sachen vielleicht auch nicht Das finde ich aber sehr schön gemacht Dass er da wirklich auf die einzelnen Sachen eben halt eingeht Und nicht nur so ein Präferiertes hat Und sagt, ja ich rede jetzt hier nur über Aktien Weil da kenne ich mich gut aus Sondern eben tatsächlich, er geht auf Bargeld ein Er geht auf Schulden ein Er geht auf Tagegeld ein Immobilien, Rentenpapiere, Fonds und so weiter und so fort Das würde ich auf jeden Fall sehr empfehlen Achso, Gold und Silber natürlich auch Genau, du ganz kurz, Jan Marco Der Ritschi, der weht gerade mit einer Der hält mir gerade einen Zettel hier an die Scheibe Da steht drauf Der weht mit der Winke Kommt zum Thema, schreibt er hier Oh Wir haben ja sogar ein Thema heute Wir haben nämlich nur 12 Minuten Und wir haben noch 18 Minuten Dann ist die Sendung schon wieder vorbei Wir machen jetzt nur noch eine halbe Stunde Weil das ist, was wir unsere Zuhörer gewünscht haben Genau Und wir uns auch Fünf Minuten Die fünf Tipps Wie du garantiert durch den Sommer kommst Bei dieser Hitze Ist erstens Mein Tipp Nummer eins Trommelwirbel Zieh dir lange Klamotten an Okay Da sagt jeder Bist du denn wahnsinnig? Ich sag, ja, bin ich Und damit kommen wir zu Zuhörer Nee, jetzt im Ernst Wie bist du da drauf gekommen? Durch Zufall Ich hatte Besuch Und dann dachte ich mir So, pass auf Ich ziehe jetzt mal einfach ein Hoodie an Ein richtig warmen, winterlichen Hoodie Ja Mit Kapuze, allen rum und dran So, und dann merkte ich plötzlich Da waren wir im Beachclub Und ich merkte, dass ich überhaupt nicht schwitze Das ist ja krass Ich sag, warum schwitze ich denn? Ich muss doch Eigentlich muss ich schwitzen wie blöd Ja, und dann brachte mich der Kollege drauf Der sagte, ja Du kannst ja nur schwitzen Wenn die Sonne auf deiner Haut trifft Wenn aber die Sonne nicht auf deiner Haut drauf trifft Dann kannst du auch nicht schwitzen Hm Da bin ich sehr skeptisch Na jedenfalls Ich bin der Meinung, dass ich schon häufig im Leben geschwitzt habe Auch ohne dass Sonne auch nicht getroffen ist Probiert es mal aus Also umso längerer ihr Klamotten anhabt Also auch ruhig lange Hose anziehen Langes Hemd anziehen Natürlich leihen Da gerne auch luftig und so Aber lang Dass die Sonne nicht an den Körper rankommt Und ich hab die Erfahrung gemacht Dass ich dann nicht so schwitze Wie wenn ich mit kurzer Hose und Poloshirt rumrenne Schwitze ich mehr Als wenn ich lange Klamotten anhab Und du musst überlegen In den arabischen Ländern Nicht umsonst tragen sie dort diese langen Gewänder Ja Aber auch alle so mit ein bisschen weit Also das hab ich jetzt auch nochmal nachgelesen Beziehungsweise auch in der Folge Wo wir über deine Wüstenreise gesprochen haben Habe ich das auch nochmal verlinkt Und da steht es auch drin Dass man halt lange weite Gewänder eben tragen soll Weil die quasi wohl eben die Wärme von außen aus Diese dunklen Genau da ging es in der Hauptsache drum Warum dunkle Gewänder auch noch tragen Weil die eben Wenn die nicht eng auf der Haut anliegen Quasi schon die ganze Wärme absorbieren Und dann nicht auf die Haut übertragen Beziehungsweise dann teilweise Wenn es eben halt so ein weiteres Gewand ist Darunter dann eben halt auch noch Die Frischluft besser zirkulieren kann Ja also sehr cool Gut also ziehe lange Klamotten an War der erste Tipp Genau Tipp Nummer zwei Kommt vom Janni jetzt Wie? Von dir Von mir? Vom Janni Ich dachte Du hast doch das Thema vorgeschlagen Ich dachte du wärst da drauf vorbereitet Ja gut War ich nicht drauf vorbereitet Aber mein Top-Tipp ist auf jeden Fall rausgehen Also das ist auch eine Sache Die habe ich am Anfang viel zu lange sträflich vernachlässigt Weil man immer das Gefühl hat Ja drinnen habe ich einen Ventilator Und da kann ich das besser regulieren Oder mal lüften und so Und das höre ich auch tatsächlich immer wieder Von ganz vielen Leuten Oh das ist viel zu heiß Da gehe ich nicht raus Und da bringen mich keine drei Pferde jetzt raus Das ist drinnen schon so heiß Und meine Erfahrung ist Wir sind gestern mal wie einen halben Tag rausgegangen Schön unten an rein Und da war es wirklich gemessen Genauso heiß Aber es war einfach viel viel angenehmer Dadurch dass da immer ein bisschen Wind geht Und so weiter und so fort Deswegen Leute Wenn ihr es irgendwie einrichten könnt Oder wenn ihr draußen arbeiten könnt Oder irgendwas Geht raus Sehr gut Und Tipp Nummer drei Trommelwurbel Tipp Nummer drei ist Setze eine Kopfbedeckung auf Also Hut, Käppi, Mütze Was auch immer Bedecke deinen Kopf Sehr gut Das hilft sehr Mit einem Hut Mit einem Käppi Mit was auch immer Bedecke einfach deinen Kopf Das war Tipp Nummer drei Tipp Nummer vier Da braucht man nicht so viel Sonnenbrille Und genau Und schützt es auch ganz gut Und das ist auch das zweite Zu deinem ersten Tipp Mit den langen Klamotten Weil das ist nämlich auch Natürlicher Sonnenschutz Richtig, genau Und das ist Ein natürlicher Sonnenschutz Das ist was, was man eben auch bedenken sollte Genau Soll ich jetzt wieder einen bringen Oder was? Ja, würde ich Oder hast du noch einen? Ich kann auch noch einen bringen Tipp Nummer vier Ja, dann bring doch mal einen Und warme Getränke Man denkt zwar Bist du wahnsinnig Aber Trink einen Kaffee Trink einen Tee Es funktioniert super Also bei der Hitze Mit Hitze antworten Habe ich lange für gebraucht Es funktioniert super Ja, also wie gesagt Die müssen auch nicht unbedingt erhitzt sein Jetzt zwingt Also es ist jetzt auch nicht unbedingt schlimm Ja Aber zumindest so in der normalen Temperatur Das habe ich glaube ich auch In der vorletzten Sendung Ich weiß gar nicht Aber irgendwann in einer der letzten Sendung Habe ich es nämlich mal gesagt Weil das Problem ist Wenn du so kalt immer Eis Und kalte Getränke Und sowas zu dir nimmst Ist Dass der Körper nach außen hin Mit der Hitze zu kämpfen hat Und nach innen hin Mit der Kälte Und deswegen raubt es dem Körper Unglaublich viel Energie Genau Und bringt aber auch nichts Also es ist eben nicht so Weil wenn du den Körper kühlen möchtest Dann kühle ihn von außen Dann spring er ins Wasser Oder von mir aus Macht die auch einen kalten Waschlappen drauf Oder sowas Machen wir teilweise jetzt auch Bei unserer Tochter Damit die so ein bisschen Ja Nicht überhitzt Aber auf gar kein Also nicht einbilden Weil das Getränk jetzt Oder das Eis Oder sowas kühlen ist Und dann Tipp Nummer 5 Und zwei Sachen Einmal morgens Wenn du aufstehst Querlüften Wenn es noch nicht warm ist In der Wohnung Ja Und die warme Luft rauslassen Und die kalte Luft reinlassen Also einmal richtig querlüften Morgens früh 7, 8, 9 Uhr Einmal querlüften Und dann Fenster zu Und dicht machen Also richtig auch zuziehen Und auch quasi die Fenster halt auch Also die Vorhänge zuziehen Und Tipp Nummer 6 Weil wir ja auch Eine Content Sendung sind Richtig Mache die Socken Nass mit Wasser Wringe sie aus Und zieh sie an Und dein Körper Geht um 1 Grad runter Das ist irre Funktioniert super Der Trick Das kann ich mir sehr gut vorstellen Das kann ich mir sehr gut vorstellen Socken nass machen Ausbringen Anziehen Ja Und du wirst Der Körper wird Also 1 Grad Runtergekühlt Dadurch Durch die Verdampfung Wird quasi Der Körper runtergekühlt Und dadurch Genau Und der 6. oder 7. Tipp ist Stell dir Nasse Wäsche In Im Schlafzimmer Das funktioniert auch super Okay Weil Weil die Da bin ich nicht so sicher Weil die Doch Weil im Raum wird Energie entzogen Und Hab meinen Physiklehrer Mir damals beigebracht Und funktioniert beides super Mit den Socken Und mit der nassen Wäsche auch Ah okay Ja ist spannend Also das werde ich auf jeden Fall Mal ausprobieren Da gibt es ja immer Gelegenheiten Also ich versuche zwar Nasse Wäsche ansonsten Wenn es kühler ist Immer komplett aus der Wohnung Rauszuhalten Aber Und im Sommer Hätte ich jetzt halt gedacht Es wird dann so spüren Ne wird es nicht Wenn Weil die Weil die Also die Luft Muss im Raum zirkulieren können Also die Die Tür zum Flur Nicht zumachen Ja Die Luft muss zirkulieren Okay Ja das muss ich mal ausprobieren Hab ich ja noch nicht Also von daher Das waren die Sehr cool Sieben Tipps Wie du durch den Sommer kommst Mit Janni und Flori Ne Ja ja Krosser Vor allem Es ging mal richtig schnell Wir haben Trotz Das ist noch nie passiert Sind wir tatsächlich Hier mit dem Kern Content Ein Novum Und haben noch Ganze 10 Minuten Das ist wirklich ein Novum Was können wir dann Was können wir dann Noch alles Gutes raushauen Ich überlege gerade Ob ich noch einen Bonus Tipp habe Um gut durch den Sommer zu kommen Ich habe noch Ich habe noch einen Bonus Tipp Kommuniziere genau Das war mein Learning Diese Woche Ja bei uns kommt Dauernd Das hat ja nichts mit dem Sommer zu tun Dauernd Anrufe rein Wir kriegen so viele E-Mails Und dann Die Leute Die beschweren sich alle Und dann Moment Wie viele Leute denn Ah es rufen zwei Leute die Woche an Wie viele Leute beschweren sich denn Ah einer Okay Wie viele E-Mails sind denn das Ach drei Okay Also seid genau In euren Aussagen Und pauschalisiert nicht Ja Okay Aber das hat ja im Sommer Jetzt speziell nichts zu tun Dann haue ich lieber nochmal Meinen achten Bonus Tipp raus Weil ich mit dem Sommer Ansonsten ja gar nicht so große Probleme habe Und deswegen sage ich Genieß den Sommer Oh Weil das ist irgendwie total Ja das ist wirklich Genieß den Sehr gut Das finde ich auch toll Weil ich finde es super crazy Dass die Leute Immer Schaffen sich Viermal im Jahr zu beschweren Ja Weil im Frühjahr Und im Herbst Da macht das Wetter Was es will Und man weiß nie genau Was man anziehen soll Und dann ist es plötzlich Mal wieder warm Und man hat sich warm angezogen Oder man denkt Es wird heute warm Und dann ist es wieder zu kühl Und dann muss man immer Ein extra Pulli mitschleppen Oder sonst irgendwas Im Winter ist grundsätzlich Immer zu grau Und zu kalt Und was weiß ich was Nicht alles Ja Und man muss immer aufpassen Mit dem Ja wie heißt der Blitzfrost Oh Und was nicht alles So passieren kann im Winter Blitzeis Blitzeis Genau danke Blitzeis Das ist auch gut Und So können wir unsere Sendung nennen Blitzfrost und sieben Tipps Ja Cool Oh herrlich Ja das muss ich sofort mal notieren Oh Aber Ja Marco Und das was ich so schade finde Ist dass die Leute Dann kommt endlich der Sommer Und Sommer ist ja perfekt Weil Zumindest jetzt im Moment hier Kann man ja eigentlich Die ganze Zeit Wenn man da drauf Lust hat Mit einem T-Shirt Oder halbnackt Oder in kurzer Hose Rumlaufen Oder gerne auch im langen Gewand Ja Und Alles ist gut Du kannst dich abends Wunderbar raussetzen Der Rhein hier ist so warm Wie eine Badewanne Das ist unglaublich Du kannst in den Rhein springen Und da einfach drinbleiben Selbst nachts Ist es fast kälter Wenn du dann wieder rauskommst Ist es doch ganz schön gefährlich An Marco Im Rhein zu schwimmen Oder Gibt es da keine Strömung Ja das geht so Also jetzt hier ist nicht so Also in der Elbe In der Elbe ist es verboten Bei uns ist es verboten In der Elbe Da kommt die Wasserschutzpolizei Das ist so richtig ärger Okay krass Ne also Rhein hatte mal So ein paar Probleme Eine Zeit lang Mit der Wasserqualität Ist jetzt aber auch Viele Jahre wohl wieder okay Und verschwimmen freigegeben Und du darfst Natürlich jetzt nicht Also es ist sehr verlockend Komischerweise Ich weiß auch nicht warum Aber es ist sehr verlockend Mal aufs andere Ufer rüber zu schwimmen Obwohl das ja schon richtig weit ist Also ich glaube danach Weißt du auch wirklich Was du getan hast Aber irgendwie kam so Ganz schnell der Wunsch In mir hoch Und dann habe ich aber mir gedacht Ja das ist vielleicht Keine gute Idee Und dann weißt du ja nicht Wie das mit den Schiffen ist Und so weiter und so fort Lässt es mal Aber es gibt hier so richtig Strände Und das Lustige ist Das ist hier in der Mainzer Gegend Oder in Rheinhessen Gibt es auch richtig Natürliche Sandstrände Also es ist echt Da war es wie dafür gemacht Also es ist nicht angekarrt Wie das in vielen größeren Städten So der Fall ist Oder auch hier in Mainz Und in Wiesbaden Gibt es glaube ich auch so So Beaches halt So Beachbars Ja da ist der Sand Natürlich angekarrt für Und hier bei uns In der Gegend Gibt es wirklich richtig Sand Auch zum Teil in Wäldern Und in der Natur Und eben an ein paar Stellen Auch unten am Rhein Und das ist wie im Urlaub Also wieder ein weiterer Grund Weil ich mich so oft frage Warum so viele Leute Im Sommer in Urlaub fahren Weil es überhaupt gar keinen Sinn macht Insbesondere wenn du hier In so einer schönen Gegend bist Weil wir haben hier Berge Wir haben Wälder Wir haben den Rhein Der ist schön warm Der kannst schön drin spielen Oder schwimmen Oder was auch immer Machen den ganzen Tag Du kannst hier Stimmt Jet Ski fahren Wenn du Bock drauf hast Das machen einige Du kannst Wasserski fahren Was ich noch für geiler finde Jan Marco Was ein weiteres Pro-Argument Für deine Aussage ist Die Leute sind alle im Urlaub Weißt du Das stimmt Das ist echt die gute Erklärung Weil ich mich gestern Echt gewundert habe Weil da waren wir Mit einer anderen jungen Familie So ein Stück weiter Und da war fast gar keine Strömung Also das nennt sich Inselrhein Die Gegend Ist im Prinzip hier Zwei Orte weiter von uns Und da sind Also da ist fast gar keine Strömung Das hat wahrscheinlich immer Damit zu tun Wie breit der Rhein ist Oder wie die Tiefen sind Und sonst was Und da waren auch ganz viele Kiddies Und sonst was Und ich habe mich die ganze Zeit So gewundert Warum Trotzdem das noch überschaubar war Also es waren schon Leute da Aber du hast trotzdem Du hast unter den Bäumen Noch Schattenplätze bekommen Und du konntest gut ins Wasser gehen Und jetzt ist mir das klar Stimmt Weil die nämlich alle im Urlaub sind Das ist großartig Genau Da kannst du unglaublich viel Kohle sparen Und hast auch noch eine gute Zeit Also von daher Genießt den Sommer Cool Und wenn ihr nicht bei euch zu Hause genießt Ja das ist wirklich Das wird mir auch gerade so bewusst In der Gegend wo schön ist Ja Marco Das ist echt ein Game Changer Du hast recht Weil ich fahre jetzt ja auch wieder mal Im Sommer in den Urlaub Du hast recht Das ist eigentlich total bescheuert Ja du hast recht Stimmt Das ist natürlich halt Eine Geschmackssache Und klar Die die Familie haben Die haben natürlich So ein bisschen Immer in Anführungsstrichen Die Ausrede Weil sie halt sagen Naja du bist halt von Schulferien Und sowas abhängig Aber trotzdem Es gibt ja noch Drei weitere Jahreszeiten Wo es auch Schulferien gibt Und ganz ehrlich Ich würde da viel mehr Energie reinstecken Also ich würde viel eher Im Frühling Im Herbst Und im Winter wegfahren Als im Sommer Sehr gut Du hast im Winter So ein bisschen vorbereiten wollte Aber sieh da Jetzt kam alles anders Und ich bin hier Und mir geht es gut Und bin guter Dinge Und man kann hier wunderbar leben Wunderbar grillen Wunderbar alles machen Grillen Und dann wenn es kalt wird Wieder schön durch die Welt touren Das ist so der Plan Ja sehr gut Ja so So was habe ich sonst noch Schönes mitgebracht Jetzt geht es ja doch Der Sendungsende zu Sommer, Sonnenschein Haben wir gesagt Ziehe ich mir furchtbar gerne rein Ansonsten werde ich Also plane ich zumindest Mal gucken Ob das so klappt Das ist der Mr. Masterkey Der Elmar Rudolph Wird wahrscheinlich Mit mir die Sendung machen Wenn du in Marokko rum tourst Super Ich bin ja zweimal in Marokko Bin ja an zwei Wochen in Marokko Zweimal bist du in Marokko Ja sicher Zwei Wochen Ja Zwei Wochen Zweimal Also wollte ich mal gucken Aber das war so eine Idee Das könnte ich dann ganz gut machen Weil es gab ja doch noch Ich meine du kannst natürlich auch Eine Sendung mit dem Ritchie machen Hm Soweit kommt es Das ist noch ein bisschen verfrüht Aber das wird vielleicht auch noch Irgendwann kommen Mal gucken Und dann habe ich festgestellt Für alle die Für die es interessant ist Und es noch nicht festgestellt haben Die guten WordPress Leute Arbeiten an einem neuen Editor Der Gutenberg heißt Und der ist sehr sehr nett Und solltest du auf jeden Fall mal angucken Also ich glaube gerade für Leute Die so im Online Marketing Und dergleichen unterwegs sind Wird es wenn man jetzt nicht andere kostenpflichtige Tools Oder sowas benutzen möchte Auf jeden Fall einige neue Highlights geben Also du kannst jetzt viel dezidierter die Seiten gestalten Richtig Aber auch so dass es eben halt nicht total vermurkst aussieht Was ja sonst immer früher schnell passiert ist Wenn man da eingegriffen hat Weil man dann schon volle Vorformatierungen hat Die dann eben ins Team auch passen Aber da sind jetzt eben halt so Sachen drin Die mir früher immer gefehlt haben Also du kannst zum Beispiel direkt Buttons einfügen Und kannst die Bilder besser konfigurieren Kannst so eine Bildergalerie und solche Sachen einfügen Und das sehr schön grafisch Das ist auch nochmal so ein Tipp von mir Für alle, für die das spannend Wir sind ja auch ein bisschen eine Service-Sendung Richtig Ja, wir sind auf jeden Fall in erster Linie eine Content-Sendung Aber auch ein bisschen eine Service-Sendung Service und Content-Sendung, genau Deswegen testen wir immer ganz viel für euch vor Ja Und dann würde ich sagen Dann werden wir heute mal Frühzeitig in die verdiente Sommerpause Wollte ich schon sagen Aber bei uns gibt es natürlich gar keine Sommerpause Das heißt bei mir nicht Aber zumindestens wieder schön In die gute Sommersonne rausgehen Weil das ist vielleicht auch noch so ein Geheimtipp Ganz am Schluss Viele haben ja besonders Angst Mittags rauszugehen Weil sie dann meinen Das ist ja am heißesten Und die Sonne steht ganz steil Und so was Und ja, ich würde dir nicht empfehlen Dich dann mitten in die Sonne zu legen Also außer man ist halt schon entsprechend vorgebräunt Und hat die entsprechende Haut Aber ich finde es gerade Oder versuche das jetzt gerade bei uns einzuführen Dass wir immer mittags rausgehen Weil ich sage, da ist es halt auch in der Wohnung Am unerträglichsten Und Und dann gehe ich halt raus Irgendwo in den Wald Oder setze mich irgendwo unter einen schattigen Baum Und das ist eben auch deutlich angenehmer Als drin zu sitzen Also für jeden, der sich das irgendwie einrichten kann Und wenn es auch nur eine Stunde Mittagspause ist Oder sowas Würde ich auf jeden Fall mal antesten Jan-Marco, darf man eigentlich Bücher wegschmeißen? Joa Hast du schon mal gemacht? Ne Also direkt weggeschmissen Doch, habe ich Doch, doch Ich nehme es zurück Doch, habe ich Ja Aber nicht meine eigenen Sondern tatsächlich beim Entrümpeln Zum Beispiel bei der Wohnung von meinen Eltern Und die Bücher, die mich selbst nicht interessieren Habe ich gesagt, da kommen wir jetzt so einen Zack in die Tonne Und das war echt auch dann viel Das ist echt erschreckend, was sich da immer so ansammelt Und ich misste meine Bücher in der Regel immer so aus Dass ich sie entweder weitergebe Oder dass ich die in diese öffentlichen Bibliotheken reinstelle Also insofern Also genau Also so wirklich wegwerfen, tue ich es nicht Aber am Ende des Tages Also finde ich auch besser Ja, oder so Wanderbücher gibt es zum Teil auch Also habe ich öfter schon in Mainz gesehen Ja, machen die so eine Wie so eine Buchbinde drumrum Und das ist wie so eine Aktion Da kannst du, wenn du Lust hast Dann sogar mit so einem QR-Code Die Bücher irgendwie dann Kurz scannen Und dann siehst du quasi Wo die Bücher überall auf ihrer Reise vorbeigekommen sind Das finde ich auch eine ganz nette Idee Und dann legst du die einfach in einer großen Stadt irgendwo aus Oder was ich auch schon gesehen habe In Cafés oder so Dass dann einfach Leute sagen Oh, das Buch habe ich jetzt ausgelesen Und brauche ich nicht mehr oder sowas Dass sie es dann einfach da liegen lassen Und dass dann irgendjemand, der interessiert ist Sich das mitnehmen kann Oder was ich jetzt hier in Budenheim lustigerweise Sehr häufig schon gesehen habe Wahrscheinlich gibt es ja woanders Nur hier bin ich öfters unterwegs Dass einfach Leute, wenn sie ausmisten So eine Kiste rausstellen Und zum Mitnehmen draufschreiben Das finde ich voll lustig Und da habe ich schon auch selber echt viel mitgenommen Also ich habe tatsächlich mal so Ja, denke ich drüber nach Das ist ein guter Impuls von dir Also ich wollte nämlich alle wieder wegschmeißen Und ich dachte, nee, das machst du jetzt nicht Stimmt, sehr guter Impuls Ja, aber genau Ich dachte eher, das war so eine umgekehrte Frage Also man muss auch nicht alles behalten Ja, also es soll ja immer alles im Fluss sein Das ist ja das, was das Leben ausmacht Deswegen dachte ich eher Ich gebe dir den Mut Eben auch vielleicht von zwei, drei Sachen Zwischendurch auch mal dann zu trennen Aber dann würde ich halt nicht immer gleich In den Müll kloppen Sondern ich finde diese Idee halt Zum Beispiel mit diesen Kisten Einfach unten vor die Tür stellen Und dann freut sich vielleicht noch jemand drüber Oder einfach mal irgendwo gucken Manchmal, Freund, gestern habe ich ein Kinderbuch Einfach weitergegeben Und dann habe ich gesagt Ach, das ist bestimmt noch für eure Tochter Und so Und ich habe gesagt, nee Das hatte ich auch nur mitgenommen Aus so einer Kiste Und wollte es einem anderen kleinen Kind Eigentlich schenken Jetzt habt ihr es zuerst gesehen Dann gebe ich es euch mit Und der Kleine hat sich total drüber gefreut Weil der Trecker und sowas so mochte Und ist ja auch schön Jan-Marco, was für eine schöne Energie Das war ein Gespräch unter Freunden Mit dem Janni und die Flori Genau In diesem Sinne Ciao mit Öl aus Kronenheim In Hamburg Genau, mach's gut, Jan-Marco Und in Hamburg sagt man Tschüss Genau Und bei uns sagt man Bleibt uns gewogen Und schaltet auch nächste Woche wieder ein Genau Gute Hunger Gute Durst Alles andere ist wurscht Und die Sendung gucken Und abschalten und rausgehen Rausgehen in die Sonne Tschüss Ciao Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast Florian und ich freuen uns, dass du mit dabei warst Alle Infos, Folgen und Schornos findest du unter dem Shortlink eguf.li-podcast Hast du Fragen oder möchtest mit uns ins Gespräch kommen Dann komm uns doch auf Facebook besuchen Am einfachsten findest du unsere Facebookseite unter dem Shortlink eguf.li-fb Oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe Diese findest du unter eguf.li-whatsapp Wir freuen uns auf dich Jeden Mittwoch und jeden Sonntag Wartet eine frische Folge auf dich Sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei Dein Florian und dein Jan-Marco Dein Florian und dein Jan-Marco